Montag vor einer Woche um 7 Uhr in der Früh hörte ich die Nachrichten und da wurde gesagt, dass eine österreichische Studie ergeben hat, dass 75 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Arbeitsplatzunsicherheit verspüren. Und die Ursache? Die Zuversicht des Chefs oder der Chefin. Es geht um Stabilität von Führungskräften. Die Frage ist, wie können wir diese Stabilität für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter signalisieren? Wie können wir stabil wirken, wenn stabil auch standhaft heißt? Wie können wir die Standfestigkeit beweisen? Ich möchte zu Beginn mit Ihnen eine kleine Unterscheidung machen zwischen Managern und Führungskräften. Wenn es um Leading Responsible steht da unten, um verantwortliches Führen geht und nicht nur um Managen. Aufgaben von Managern sind, sie kennen das, entscheiden, Ziele setzen, organisieren, kontrollieren. Aufgaben von Führungskräften sind, dass sie ein klares Wozu entwickeln, den Sinn. Eine der Aufgaben von Führungskräften ist, ein Delta-Sinn zu produzieren. Einen Sinnüberschuss. Ständige Suche, wie können wir noch mehr erreichen? Teamgeist schaffen, Vertrauen aufbauen, Ängste abbauen, Menschen fördern. Zu diesen Punkten werde ich noch sprechen. Vielleicht verkürzt, Manager haben als Hauptinstrument des Lenkens von Menschen das Excel-Sheet. Führungskräfte haben als Hauptinstrument das Gespräch, das zwischenmenschliche Gespräch. Wenn hier steht ethische Dimensionen, möchte ich einen ganz kurzen Exkurs knackig und pointiert in die Ethik bringen und es auch mit praktischen Beispielen untermauern. Die Frage ist einmal, was Ethik ist. Ich biete Ihnen an, Ethik bedeutet, Klarheit zu haben, über das oberste zu schützende Gut, den obersten Wert. Wenn in der deutschen Verfassung, im deutschen Grundgesetz zum Beispiel, die Würde des Menschen drinnen steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das das oberste ethische Gut der Bundesrepublik Deutschland. Das hinüber ins Marketing bringt uns zur Frage, was hat Leistung und Würde miteinander zu tun? Leistung und Unternehmenskultur. Ich bin von meiner Hauptprofession nicht nur Unternehmensberater, sondern im speziellen Unternehmenskulturberater. Wir erarbeiten an Wertesystemen, Philosophien und messen von diesen Unternehmenskulturentwicklungen. Wir brauchen Leistungsträger in Unternehmen, aber wir brauchen auch Kulturträger. Leistung, das wissen wir, was das bedeutet. Mit möglichst wenig Input, viel Output erzeugen. Effektiv und effizient. Wir stellen uns jedoch die Frage, auf welche Art und Weise wird diese Leistung erbracht? Das hat mit Kultur zu tun. Das kommt vom lateinischen kultus, cholere, das bedeutet pflegen. Wie pflegen wir den Umgang miteinander? Ich baue hier kurz ein Portfolio auf. Sie kennen diese Technik und da gibt vier Felder. Das linke untere Minus-Feld, das ist nicht das wir besetzen wollen. Keine Leistung und keine Würde. Das linke obere, wir sind recht nett zu den Menschen, bringen aber keine Leistung, ist auch nicht das Thema. Das rechte untere Fenster oder Quadrat ist das am häufigsten besetzte nach unseren Messungen. Sensationelle Leistung, jedoch ohne Würde. Jetzt sage ich schon dreimal Würde. Die Frage ist jedoch, was Würde bedeutet. Immanuel Kant hat den zweiten kategorischen Imperativ formuliert und er hat gesagt, handle so, dass du dich selbst und andere niemals nur als Mittel, sondern immer und gleichzeitig auch als Zweck behandelst. Sie merken, in diesem Satz steckt das Wort Würde nicht drinnen. Wo ist es verborgen? Im Zweck. Nicht nur als Mittel. Wenn wir Menschen nur als Mittel verwenden, nur instrumentalisieren, nur funktionalisieren, dann entwürdigen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland sind diese Menschen dann Verfassungsbrecher. In Österreich auch. Wir haben es nicht im Artikel 1, jedoch in den Menschenrechten. Das Ziel ist, gute Leistung in Würde oder noch verstärkt. Was kann Würde beidrängen Unternehmenskultur zur Leistungssteigerung? Dieses Kulturleistungsportfolio ist ursprünglich von Jack Welch entwickelt. Wir haben es dann noch um die ethischen Dimensionen erweitert. Die Würde des Menschen, der Mensch als Selbstzweck. Und der Mensch als Mittel, der entwürdigte Mensch, der führt uns in Systeme, die wir dann Faschistoid bezeichnen. Faschistoid mit Oid, hinten ist immer angedeutet, dass etwas ähnlich ist. Asteroid ist Sternenähnlich, Faschistoid ist Faschismusähnlich. Also wenn ein Unternehmen so ein System wird wie im Faschismus, wo das oberste zu schützende Gut nicht die Würde des Menschen ist, sondern der Staat. Also die Frage ist immer, ist das Unternehmen das oberste zu schützende oder auch gleichzeitig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ein Manager, ich spreche jetzt von Manager, nicht von der Führungskraft, wenn ein Manager seine Mitarbeiter nur benutzt, um das System zu schützen oder zu erweitern und der Mensch selbst nicht Selbstzweck ist, sondern nur Mittel zum Zweck, entwürdigt er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut ein faschistoides System auf und wir sagen dann zu diesen Menschen, dass sie Systemagenten sind. Dieses Wort habe ich entlehnt von meinem Mentor Rupert Lai, der Ihnen vielleicht ein Begriff ist. Perspektivenarbeit. Ich bin ein Mensch, der auch vor 2007 geboren ist und das ist eine gnadenlos harte Unterscheidung, aber ich trage sie sofort mit mir herum. Im Jahr 2008 kam auch Sorge auf und im Oktober sagte ich mir, welche Perspektiven müssen wir entwickeln? Und ich nehme da Anleihe in unserer konkreten Umsetzungsarbeit, ethischen Umsetzungsarbeit in Unternehmen. Ich möchte Sie ganz kurz mit einem, mit dem schlimmsten Beispiel unserer Unternehmenskulturentwicklung vertraut machen. Wir durften im Jahr 2004 beitragen, das ist zwar jetzt sehr unangenehm an diesem Morgen und in dieser Zeit der Krise, jedoch, trotzdem bringe ich dieses Beispiel, ein Beitrag zu einer Unternehmensschließung mit 850 Mitarbeitern. Ich sagte damals, das habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Erfahrung. Ich sagte, Sie kennen unser Unternehmen und wir stellen Ihnen noch drei Psychologen zur Seite und wir werden uns Gedanken machen, was machen wir, wenn die Menschen diesen Schock erleben am 24. Februar, also in drei Monaten, wenn wir ihnen sagen, ihr Werk wird geschlossen und 500 werden weitervermittelt und 350, für die haben wir nichts. Die Psychologen sagten dann, es wird eines passieren. Zuerst einmal wird ein kräftiger Energieabfall sein, Schock, Paralyse. Das dauert ungefähr einen Tag, es hat auch gestimmt. Am zweiten Tag beginnt dann die Aggressionsphase, die da oben und all diese Rufsätze mit Rufzeichen und üblicherweise hören dann die Unternehmen auf oder sie machen nichts in dieser Krisensituation, in diesem dramatischen Erlebnis, dass sie die Menschen wieder hinausführen in eine Perspektive. Die Voraussetzung, dass wir Menschen in die Perspektivenphase führen, verlangt, dass wir diesen Sack da rechts unten, diesen vollen Sack der Resignation leeren, das Ablassen und den Menschen die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Das haben wir dann gemacht, in Workshops, wie das dann so heißt, das hieß damals auch Workshop, obwohl es ein ganz spezieller war und wir haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Ängste, Sorgen, Nöte zu artikulieren und es ist unfassbar, wie einfach es geht, Menschen zu stabilisieren, denen es schlecht geht. Das wissen alle, die in die Psychoanalyse gehen und ungefähr haben wir das gemacht, großflächig, mit hunderten Menschen. Es geht darum, die Resignation anzusprechen und nicht von der Aggressionsphase sofort in die Perspektive und den Menschen irgendetwas, vielleicht mit Tschakka-Tschakka oder so ähnlichen Methoden zu verkaufen. Das hält dann drei Tage. Wir haben seriös gearbeitet, gingen in die Resignation hinein und haben die Führungskräfte darauf vorbereitet und ihnen die Frage gestellt, was braucht ihr selbst? Die 17 Führungskräfte in den drei Monaten haben dann in der ersten Arbeit selbst aufgeschrieben, wie werden sie Vorbild sein in dieser schlimmen Situation. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie merken, dass in dieser jetzigen Phase, wo wir ja jetzt vielleicht noch nicht Werkschließungen haben, noch nicht so viele, aber demnächst stehen sie an, oder Kurzarbeit und dergleichen, wo wird, in welchem Unternehmen wird hinter dieser Schock- und Aggressionsphase nun mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern etwas gemacht? Die Führungskräfte, sage ich jetzt, nicht mehr die Manager, haben sich selbst Verhaltensziele für ein stabiles Vorbild gegeben und es ging uns um Grundmuster. Und es sind fünf Grundmuster herausgekommen, wo sie gesagt haben, das müssen wir an den Tag legen. Wir müssen aufrecht gehen, wir müssen eine sichere Stimme haben, wir müssen einen ruhigen Blick haben, wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, das ist also Bildsprache, drum unter Anführungszeichen, und wir müssen nach vorne schauen, trotz dieser Krise. Sie merken, es sind ganz einfache Regeln. Und wir haben dann noch eine sechste dazugefügt, die habe ich noch nicht da oben stehen, Demut. Und mir ist bewusst, Demut, das heißt nicht sich erniedrigen, sondern bedeutet ganz einfach übersetzt geerdet sein. Demut heißt lateinisch homilitas, da ist Humus drinnen, Erde, man steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Das ist ein demütiger Mensch, nicht einer, der sich erniedrigt. Der sich nicht kleiner macht, aber auch nicht größer. Und wenn Sie diese Punkte ansehen, diese Verhaltensziele, dann würde ich meinen, dass dieser Mensch, an dem jetzt die Hoffnungen von allen hängen, wie Sie am Telefon zu mir gesagt haben, der sich nie erfüllen kann, Barack Obama, der hat das. Aufrecht geht er, er tänzelt sogar. Er geht wie Sidney Poitier. Sichere Stimme, ruhiger Blick, lässt den Kopf nicht hängen, hat ein bisschen das Kien weiter oben, ein bisschen zu weit, aber das ist so die Vision. Und sitzt immer so da, schaut nach vorne und er ist demütig. Der hat sich noch nie größer gemacht, als er ist. Er ist ein demütiger Mensch. Das waren die Verhaltensziele. Sie sehen, ich möchte Ihnen ganz einfache Sachen zeigen. Es ist im Grunde alles ganz einfach. Und dann war noch die Frage, was können wir tun in den drei Monaten bis zum 24. Februar, wo wir bekannt geben müssen, der Werkleiter durchschließendes Unternehmen, wie können Sie in drei Monaten Vertrauen aufbauen? Der wurde nämlich extra bestimmt zur Werkschließung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich durfte ihn coachen, Sie werden am 24. Februar, wenn wir das nicht gut machen, ein Problem haben. Die Leute werden sagen, das wussten Sie doch immer schon und haben es uns nie gesagt. Und ein Manager darf das natürlich nicht sagen, dass demnächst das Werk geschlossen wird. Die Sorge war, dass die 17 involvierten Führungskräfte nicht stillhalten. Und das Wunder ist geschehen. In drei Monaten kam nichts über die Lippen von keinem dieser Menschen. Und wie bauen wir Vertrauen auf? Ich zitiere einen Satz von Luhmann, dem Philosophen, auch Berater von Aldi, wo ich früher gewesen bin. Vertrauen ist eine Funktion der Reduktion von Komplexität. Philosophensatz. Was bedeutet Reduktion von Komplexität? Das heißt einfach. Der Satz ist nicht einfach. Er widerspricht sich selbst. Also mit anderen Worten, Vertrauen baue ich dann auf, wenn ich ganz einfache Grundmuster habe. Und dann haben wir uns die drei wichtigen Grundmuster für Vertrauen erarbeitet und die sind wirklich einfach. Gehe zu den Menschen, suche Nähe zu ihnen. Wenn sie dann reden, schau ihnen in die Augen, wenn sie Probleme haben. Schau nicht weg. Sagen sie nicht, ja reden sie weiter. Ich mache in der Zwischenzeit die Unterschriftenmappe fertig. Wiedererkennen, signalisiert ihr Lachen. Und das dritte ist, wenn einer Probleme hat, muss man zuhören. Wir müssen ablassen. Ganz einfach. Sie merken, reden kommt nicht vor. Bei einem Kunden, den ich jetzt seit fünf Jahren betreuen darf, hat im Kulturspiegel-Interview ein Mensch zu mir gesagt, unsere Führungskräfte kommunizieren zu wenig. Und wenn sie kommunizieren, dann reden sie zu viel. Führungskräfte reden zu viel. Sie arbeiten auch zu viel. Sie sollen zuhören. Politiker, ich betreue 25 Abgeordnete im Augenblick, denen sage ich, seit vier Jahren trainieren wir sie auf zuhören. Ja, wir müssen doch argumentieren, wer hat denn das gesagt? Das steht doch in der Zeitung. Hört zu. Und nun in die Vergangenheit. Aus unserer eigenen Erfahrung in die fremde Erfahrung. Die Wiener Jesuiten haben ein kleines Management-Bücher eingeschrieben. Das ist jesuitisch einfach. Kurz prägnant. Ich habe keine Brille auf. Das Management-Modell der Jesuiten. Ein Erfolgskonzept für das 21. Jahrhundert. Und da drinnen steht auf der ersten Seite, beinahe kein Unternehmen hat bisher die dritte Generation überlebt. Und wenn sie mal Revue passieren, welche Unternehmen leben noch, dann sind es selten Unternehmen, die 75 Jahre bestehen. Ist nicht mein Kunde, darum kann ich es dann noch leichter sagen, ohne in Verdacht zu kommen. Siemens ist einer dieser. Grundig hat es nicht erlebt. Es gibt jedoch Sozietäten, die bestehen seit Jahrhunderten. Bauern. Oder auch Klostergemeinschaften. Das ist natürlich ein Werbesatz der Jesuiten. Jesuitische Schleue. Um darauf hinzuweisen, wir existieren seit 540 Jahren nur Pech gehabt, liebe Jesuiten. Es gibt jemanden, der schon tausend Jahre älter ist. Das sind die Benediktiner. Und dann hundert Jahre noch älter die Augustiner. Aber wir brauchen jetzt nicht um ein paar Jahre streiten. Was ist das Erfolgsrezept? All diese haben eine Wurzel gemeinsam. Wertetradierung. Sie übergeben Werte. Zur Stabilisierung der Kultur. Und bei den Benediktinern bin ich vor vier Jahren fündig geworden. Als Soziologe interessieren mich diese stabilen Systeme. Aber bevor ich zu den Benediktinern gehe, mich interessieren auch ganz kleine Gemeinschaften. Die Familie Mehofer, eine Weinfirma im Weinviertel, hat mich der Vater vor einigen Jahren gefragt, ob ich auch mit kleinen Unternehmen was mache, sage ich ja so verständlich. Und dann haben wir uns im Melk getroffen mit seinen fünf Kindern und seiner Frau, weil er wollte das Jahr 2009 erleben mit seinem Unternehmer, mit der gesamten Familie und 300 Jahre Mehofer feiern. 300 Jahre. Und da haben wir gemeinsam mit der zwölfjährigen Tochter bis zum 32-jährigen Sohn das Leitbild erarbeitet. Das war die schönste Arbeit. Wie kann ein kleiner Weinbauer seine Werte übergeben? Indem man gemeinsam arbeitet daran. Seit 1500 Jahren, Benedikt, 530 bis 540 nach Christus hat er sein Leitbild erarbeitet, das älteste bestehende Leitbild, das es gibt, hat zwei Gelübde für seine Mönche eingeführt. Nicht zuerst Wandel, Konversatio, Umkehr mit der Neuer, sondern Voraussetzung für Wandel, für Change, das Wort kennen wir, ist Stabilität. Es ist immer das erste Gelübde der Mönche der Benediktiner-Gemeinschaft ist Stabilitas Sua und in Kongregation auf Deutsch Stabilität in mir selbst. Ich muss Stabilität in mir haben und ich brauche Stabilität in meiner Gemeinschaft. Stabilität in mir, wie bekomme ich das? Wir unterscheiden nicht nur Manager und Führungskräfte, sondern auch noch Führungspersönlichkeiten. Eine Führungspersönlichkeit weiß Bescheid über ihre eigenen handlungsleitenden Werte. Was sind meine drei wichtigsten Werte zumindest von meinen 50? Was sind die drei wichtigsten? So kann ich in mir Stabilität bekommen. Benedikt ist auch verantwortlich für das Arbeitsethos Europas. Vor dem Benedikt war das Ideal eines Europäers ein Vollbürger zu sein, der nicht arbeitete, reich, mit Reichtum gesegnet und Sklaven, die für ihn gearbeitet haben. Er hat gesagt, wir leben von unserer eigenen Hände Arbeit, aber es soll mit Freude geschehen. Und er hat postuliert, dass eine der sieben geistlichen Künste Freude, wir wollen mit Freude miteinander arbeiten. Freude an der Arbeit und er hat drei Säulen herausgearbeitet. Wir haben Freude, wenn wir den Sinn unserer Arbeit kennen, vor allem auch den Sinn unseres Unternehmens. Wozu? Die Frage nach dem wozu, nicht warum, sondern wozu? Wo geht das Ganze hin? Sinn der Dienstleistung oder unseres Produktes und was ist der Sinn meines Arbeitsbeitrags? Wenn das ein Mensch weiß, geht am Morgen gerne auf den Laden zu und wird Stabilität spüren. Das ist jetzt, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, den Menschen klarzumachen, wo der Sinn nach wie vor besteht oder ein Deltasinn noch heraus zu kristallisieren. Alles Unnötige weg und den Kern des Unternehmens zu finden. Das Zweite ist, Miteinander, wenn wir miteinander arbeiten, als Gruppe, als Team und wenn wir das rechte Maß finden. Ein relativ unmodernes Wort, aber es ist ganz einfach übersetzt. Die Kunst des Unterscheidens zwischen Über- und Unterforderung. Er sagte, Benedikt sagt es, die Mutter aller Tugenden. Aristoteles hatte nur vier Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Mäßigung. Benedikt hat gesagt, von den vieren ist die wichtigste das rechte Maß. Ich komme später nochmal darauf zurück. Vor vier Jahren haben wir einen Arbeitskreis ins Leben gerufen. In Österreich eine Sozialpartnerschaft, Arbeit, ÖGB, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und noch sieben andere Unternehmen zum Thema soziale Gesundheit. Und wir haben eine Untersuchung gemacht in Österreich, eine Telefonumfrage mit Ernst Gehmacher. Fazit 1, ein Drittel bis mehr als die Hälfte der Mitarbeiter erlebt keine bis eingeschränkte Freude am Arbeitsplatz. Das war noch vor der Krise. Mehr als die Hälfte gibt an, dass über Abwesende müsste hier stehen, nicht zugesprochen wird, als ob diese anwesend wären. Das sagten 56 Prozent. Man redet schlecht über die Leute. Und beim ersten Vortrag hat einer zu mir gesagt, die anderen 44 Prozent haben gelogen. Und beinahe ein Drittel, 29 Prozent, haben gesagt, dass gegeneinander statt miteinander gearbeitet wird. Fazit 2, wir haben auch den Angstfaktor gemessen, sieben Fragen gestellt, drei herausgeholt. 46 Prozent haben Angst, Fehler zu machen. Was für ein Innovationspotenzial muss da noch existieren, wenn man sich nicht wagt, neue Wege zu gehen, wo man stolpert, strauchelt, hinfällt. Das Schlimmste für mich ist, Sorge und Wertschätzung und Anerkennung mit Unternehmen zu verlieren. 37 Prozent. Ein Drittel der Menschen gehen heute Morgen auf ihren Laden zu und haben Angst, wenn sie da reingehen, dass sie Angst haben, Wertschätzung und Anerkennung zu verlieren. Darum sind sie auch, glaube ich, heute hierher gegangen. 35 Prozent. Nein, sie gehören nicht zu diesen 37. 35 Prozent haben Angst zu Versagen, Versagensängste. Und dann haben wir noch gemessen, wie viel Zeit geht verloren durch sozial ungeeignetes Miteinander umgehen. Ich kürze ab, bis zu 25 Milliarden Euro pro Tag, pro Jahr. Das gesamte Gesundheitssystem in Österreich kostet 27 Milliarden. Zum Präsident Leitler haben wir gesagt, wir haben das Geld gefunden. Zum Miteinander statt gegeneinander. Links oben das Rote zeigt Ihnen eine Gruppe von Menschen in einer normalen Sitzung, in einer Konferenz, in einem Meeting, wo üblicherweise in der Hackordnungsbestimmung gegeneinander die Energien eingesetzt werden. Und das Problem, das zu lösen ist, üblicherweise einsam und ungelöst im Sitzungszimmer zurückbleibt. Es gibt eine andere Möglichkeit, die Energie zu bündeln, auf das Problem zu zentrieren. Und mit meinem Lehrer Rupert Leit unterscheiden wir Team und Gruppe. Das links ist eine soziale Gruppe, rechts ein Team. Ein Team ist auch eine Gruppe, jedoch eine andere als links. Eine Gruppe, die im ersten Bedingungen, die im gemeinsamen Erkenntnisfortschritt ein Problem löst. Das ist die Aufgabe dieses Jahres, glaube ich. Und in der kein Mitglied gegen ein anderes kämpft. Kämpft ein Mitglied gegen ein anderes, ist kein Team mehr da. Ich schaue auf die Uhr, ich beeile mich, das rechte Maß. Es gibt Fähigkeiten bei uns. Und wir haben demgegenüber Anforderungen zu erfüllen. Ist die Fähigkeit gering, die Anforderungen hoch, dann entsteht Angst. Man soll sich der Angst stellen und sie erkennen. Ich glaube, wir erkennen, dass sehr viele an die Grenze ihrer Fähigkeiten gelangt sind in diesem Jahr. Sie kommen von der Schweiz. Und sie haben mir am Telefon gesagt, es sind sehr divergierende Meinungen. Das heißt, es gibt nicht eine Lösung. Das heißt mit anderen Worten, wir sind im Augenblick alle unfähig. Manche. Und es wäre gut, wenn wir sagen, ich habe Angst, aber ich darf es nicht zeigen, natürlich. Das ist die Aufgabe des Managers. Zuversicht ist das Thema. Aber Voraussetzung ist, dass man sich mit seiner Angst auseinandersetzt. Das wird im Augenblick nicht stattfinden. Hohe Fähigkeit, geringe Anforderungen, Langeweile. Die Zeit ist vorbei. Das, was ich jetzt aufzeichne, ist von Mihaly Czendik Mihaly, der Glücksforscher. Und der sagt, wenn wir da drinnen sind, dann haben wir den Flow. Der Flow ist meines Erachtens in Stocken geraten. Wie kratze ich jetzt die Perspektivenkurve? Das klingt jetzt alles so negativ. Sie haben zum Lachen gebracht. Und ich habe gesagt, ich werde noch einen Magenstrudel erzeugen. Wie kommen wir da wieder raus? Die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit, in dieser Zeit die Führungsarbeit für die Menschen zu verstärken oder reduzieren wir sie? Ich unterscheide gerade zwei Unternehmerteilgruppen. Es gibt Unternehmen, die reduzieren die Arbeit mit Menschen auf null. Ich habe Glück, dass die zwei Unternehmen, die ich da kennengelernt habe, nicht meine Kunden sind. Und es gibt andere, die sagen, nein, wir verstärken unsere Arbeit. Jetzt brauchen sie es in der Resignationsphase, um in die Perspektive zu kommen. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Die Schönwetterkapitäne von den Schlechtwetterkapitänen können wir jetzt demnächst unterscheiden. Und das sind die Unternehmen, ich zitiere bewusst natürlich keine, aber es gibt welche, die sagen, gerade jetzt. Ich danke Ihnen.